Die Fahrer stehen bereit und wir sind bereit für einen ganz heißen Tanz hier heute Abend bei uns auf dem Eichenring in Doha. So, meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 13. Oktober 2018, kurz vor 19 Uhr, Moin Moin Doha! Und wir freuen uns auf das Highlight der Saison hier bei uns auf dem Eichenring, Deutschland gegen den Rätselberg! Jawohl, da geht das Schwarzband nach oben, Peter Kedemann, der setzt sich an die kleine Position! Oh, meine Herren, was für ein Auftakt hier! Da geht das Schwarzband nach oben und da geht sie parallel aus der Ruhe! Das Ding müht sich hier außen, aber Carol Zubinski hier! Da geht das Schwarzband nach oben und ich gerne von außen, Max Stilger aus der Mitte! Da geht das Schwarzband nach oben und ich gerne von außen, Max Stilger aus der Mitte! Das Schwarzband nach oben und ich gerne von außen, Max Stilger aus der Mitte! Das Schwarzband nach oben und ich gerne von außen, Max Stilger aus der Mitte! Die Verteidigung! Die Verteidigung! Das war ein ZEITZE! Untertitelung des ZDF, 2020